Sie hat es aufgetragen? Nein, glaube ich, dass es schon da weg ist. Nein, nein, nein. Wenn er nächstes Mal anruft, dann kann er uns Bescheid sagen und dann kann man auch ganz genau fragen, was, wie und wie, weißt du. Wenn er um die 250 oder mehr sagt, dann würde ich auf jeden Fall den Covid davon haben. Ja. Ja, das lustige Ding ist, was, wenn er nur 240 zum Beispiel sagt. Ja, ich weiß es nicht. Ok.